Hallo, wir sind Schülerinnen der HK Schnellkirchen. Unsere Namen sind Fatima Karakotscha und Ilaida Özkan. Wir stellen euch die Trends vor, mit denen sich Freizeit- und Tourismusbetriebe für die Entwicklung der Marketing-Tools auseinandersetzen müssen. Erstens, gesellschaftliche Entwicklungen. Dazu gehört die politische Veränderung. Der Reiseanbieter auf Sicherheit achten müssen, ist es nicht möglich, ein Hotel in Kriegsgebieten bzw. in der Nähe eines Kriegsgebiets anzubieten. Demografische Entwicklung. Durch die Medizin ist die Lebenserwartung eines Menschen gestiegen. Die Zahl der Pensionisten hat sich erhöht, jedoch hat sich die Zahl der Jugendlichen vermindert. Werterwandel. Er führt dazu bei, dass die Erwartung der Menschen an die Freizeit- und Urlaubsgestaltung gestiegen ist. Damit ist das ökologische Bewusstsein, das Gesundheitsbewusstsein und Zeitbewusstsein gemeint. Höhere Bildung und bessere Information. Die Menschen recherchieren ausführlich im Internet nach und finden genaue Informationen über beliebige Hotels. Außerdem sind sie besser über ihre Rechte informiert. Das Internet ist die Grundlage für viele Entscheidungen und auch für neue Reisewege. Bevor man sich für eine Reise oder für ein Freizeitinteresse entscheidet, recherchiert man detailliert im Internet über die Angebote nach. Durch Kursschwankungen wird der Urlaub für Kunden teurer oder billiger. Zum Beispiel in der USA sind die Kurse der Währungen gestiegen und der Urlaub dort ist somit relativ teuer geworden. Wir hoffen, die Informationen könnten euch helfen und danken fürs Zuhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017